Während die EU-Spitze ständig davon spricht, die Ukraine möglichst rasches neues Mitglied der Europäischen Union aufzunehmen, dürfte es doch noch da und dort das eine oder andere Korruptionsproblem geben. Bei einer Razzia ukrainischer Sonderermittler in Rivne im Nordwesten der Ukraine wurden nun bei dem Regionalpolitiker Vitaly Sukrovich, dem Vizedirektor der Forstverwaltung, 4 Millionen Euro Bargeld in verschiedenen Währungen sowie drei hochpreisige Pkw vom Typ Audi Q8, Mercedes GLE 350e sowie BMW X5 sichergestellt. Außerdem entdeckten die Fahnder bei der Hausdurchsuchung auch noch Goldbarren, Juwelen und auch Luxusuhren. Das Bargeld war teilweise sogar in Plastiksäcken gelagert. Was den Verdacht einer möglichen Korruptionssituation nähert? Selenskis Vize-Forstverwalter verfügt nur über ein Monatseinkommen von 630 Euro netto. Erspart kann er sich also die Bargeldmengen nicht haben. Selbst wenn er 600 der 630 Euro weggespart hätte, hätte es 555 Jahre gedauert, diese Summen anzusparen. Ebenfalls bei der Razzia bei Vitaly Sukrovich von der Exekutive gefunden, zwei Pistolen sowie ein Kalaschnikow-Sturmgewehr mit 16 Magazinen. Dass der Regionalratspolitiker von Rivner jetzt aufgeflogen ist, kann als Zeichen gewertet werden, dass die Regierung in Kiew nun einige Erfolge im Kampf gegen die Korruption vorweisen möchte. Dem Vize-Forstchef droht nun eine mehrjährige Haftstrafe. Erst vor drei Tagen ist in der Ukraine der bisherige Chef der Behörde für Regierungskommunikation wegen des Verdachts auf Korruption entlassen und in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Gericht habe die U-Haft für zwei Monate angeordnet, teilte der Pressedienst der Sonderstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Korruption mit. Im Mai wurde der Gerichtspräsident des obersten Gerichtshofs der Ukraine dabei verhaftet, als er sich 2,76 Millionen Euro Bestechungsgeld schenken ließ. Ermittler des Antikorruptionsbüros dürften Veswevold Knazhneinev schon länger observiert haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017